Schon jetzt kann kein Orkan mehr keine Spur der Verwüstung hinterlassen. Kein Skandal mehr keinen Aufschrei der Medien erzeugen. Kein Bauprojekt mehr auf keine wütenden Proteste stoßen. Rechnet man all dem noch das korrekte Gendern hinzu, möchte einen Sorge um die Sprache als Spiegel des Denkens befallen. Oder uns diese Entwicklung zumindest Kopfzerbrechen bereiten. Wir werden wohl bald schon händeringend nach RedakteurInnen suchen, die dieser linguistischen Mode eine Absage erteilen und sollten die Leute jetzt abholen und mitnehmen auf einen Weg hin zu einer überlegteren Wortwahl. So sei denn schon im Vorfeld eines Gesprächs festgehalten, wer sich ohne parodistische Absicht so oder ähnlich ausdrückt, der möge doch bitte ganz, ganz zeitnah scheißen gehen.